Nummer 5. Er ist mit einer Synchronumwälzpumpe mit niedrigem Verbrauch ausgestattet. Aber da es sich um ein Standardmodell mit offener Kammer handelt, ist die Energieeffizienz etwas geringer, da er nur die Klasse B für die Warmwasserbereitung und die Klasse C für die Heizung erreicht. Nummer 4. Dieser Immergaskessel hat eine Umwälzpumpe mit niedrigem Verbrauch, die eine beträchtliche Stromeinsparung ermöglicht. Es erreicht sowohl bei der Heizung als auch bei der Warmwasserbereitung die Energieeffizienz Klasse A, es ist kompakt und dank der praktischen Drehknöpfe und des Hintergrund beleuchteten Displays, das auch bei schlechten Lichtverhältnissen äußerst klar ablesbar ist, extrem einfach zu bedienen. Es ist auch mit der Dominosep ausgestattet, dank der es von überall her mit mobilen Geräten vollständig verwaltet werden kann. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 3. Dieser 24-Kilowatt-Baxi-Kessel ist ein effizientes Modell. In der Energieklasse A moduliert es den kontinuierlichen Wechsel von Ein- und Ausschalten mit einer weiteren Reduzierung von Verbrauch und Emissionen. Das GRC-System sorgt dafür, dass sich der Kessel automatisch an die Art des Methans und die Länge der Rohre anpasst und den Wirkungsgrad konstant hält. Darüber hinaus ist die Modulationspumpe dank der automatischen Funktion weniger verschleißanfällig und damit weniger anfällig für technische Eingriffe. Die Energieversorgung erfolgt mit Methan, aber es gibt hier auch die Veranlagung für LPG. Es ist möglich, den Steuerabzug in Anspruch zu nehmen. Nummer 2. Dabei handelt es sich um ein Kondensationsmodell, das eine effiziente Nutzung von Abgasen und Wasserdampf ermöglicht, die nicht in der Atmosphäre verteilt werden sollten. Dieses Modell reicht aus, um Räume bis zu 180 Quadratmetern zu beheizen. Es handelt sich um einen Kessel mit doppelter Energieeffizienz der Klasse A mit einem neuen elektronischen System, das für gute Einsparungen bei der Rechnung sorgt. Im Standby verbraucht es weniger als 2 Watt und der Wirkungsgrad von 94% kann 98% erreichen, wenn man es mit einem intelligenten Thermostat kombiniert. In der Beschreibung finden Sie den Amazon-Link für dieses Produkt. Nummer 1. Dieser Kessel eignet sich sowohl für die Brauchwassererwärmung als auch für die Heizung. Es handelt sich um ein effizientes Modell der Energieklasse A mit der Komfortfunktion, die dazu dient, den internen Wärmetauscher auf Temperatur zu halten, wodurch eine unmittelbarere Warmwassererzeugung gewährleistet wird. Es hat eine Nachzirkulations- und Frostschutzfunktion. Es wird mit Methangas betrieben, ist aber auch für LPG und Propanluft ausgelegt. Es kann auch an Sonnenkollektoren angeschlossen werden.